Hallöchen. Na ihr zwei? Geht's voran? Ist ja egal, wenn Valentin Countell mal wieder das Parlament an der Nase herumführt. Was haben sie da gesagt? Das ist eine solche Missachtung des Parlaments, das ist inakzeptabel, unakzeptabel. Sind wir der Witz? Ich hab keinen Grund, was zu bereuen. Und ich kann nicht sehen, dass hier jemand lacht. Fick die Kommission! Ich hab sie nicht verstanden. Ja, die fick ich! Dass sie die Engel singen hört! Können Sie es bitte nochmal sagen? Du redest so viel, Sammy. Du musst weniger reden. Sie meinen aus taktischen Gründen? Nein. Aber deine Stimme nervt schon gewaltig.